Herzlich willkommen zu unserem kurzen Video Pressespiegelerstellung mit der PMG Pressedatenbank. Sie sind Pressesprecher, Kommunikationschefin oder in Ihrem Haus für das Beobachten der Medienlandschaft verantwortlich und möchten wissen, wie Sie schnell, günstig und rechtssicher Pressespiegel erstellen und verteilen können? Diese Frage beantworten wir in den folgenden zwei Minuten mit einem Blick ins PMG Pressespiegelportal. Sehen Sie anhand des Beispiels der DAX Automobilhersteller, wie einfach, schnell und rechtssicher Pressespiegel zusammengestellt und versendet werden. Nutzen Sie die PMG Pressedatenbank selbstständig und unabhängig von Ort und Zeit. Suchen und finden Sie täglich in über 2500 Zeitungen, Zeitschriften, Online-Titeln, App-Inhalten. Legen Sie individuelle Mediensets, Suchprofile und Ad-Hoc-Recherchen an. Und genießen Sie dabei die Sicherheit unserer Festpreis-Leistungspakete. Der Zugang erfolgt passwortgeschützt. Direkt nach dem Login finden Sie in der linken Menüleiste auf einen Blick alle Funktionen zur Pressespiegelerstellung, Versendung und Verwaltung und in der Mitte sehen Sie unter anderem eine Übersicht Ihrer eingerichteten Suchen. Wir zeigen Ihnen diesmal den Aufbau einer klassischen Suche für die DAX Autohersteller. Hier haben wir bereits einige Suchen vorbereitet. Bei Bedarf können Sie hier Ihre bereits angelegten Suchbegriffe jederzeit kostenfrei ändern. Richten Sie beliebige Quellensegmente und Zeitfilter individuell ein. Trefferlisten können Sie nach Relevanz, Quellenname oder Erscheinungsdatum sortieren. Als Ergebnis erhalten Sie eine Übersicht aller Treffer mit einem kurzen Textauszug und Eckdaten zu jedem gefundenen Beitrag. Ihre Suchbegriffe farbig hervorgehoben. Durch Anklicken der Headline gelangen Sie zur Artikelpreview. So können Sie den ganzen Artikel am Bildschirm lesen. Abschließend legen Sie alle wichtigen Beiträge in den Warenkorb. Im Warenkorb können Sie Ihre Auswahl überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Durch Klick auf den Jetzt-Kaufen-Button stehen die Artikel zur weiteren Bearbeitung bereit. Die Artikel können Sie nun in gewünschten Formaten PDF, HTML, XML herunterladen. Beziehungsweise bei Bedarf direkt als Pressespiegel versenden. Mit dem PMG Pressespiegel Manager senden Sie Ihre Beiträge per Mausklick als PDF und auf Wunsch mit Ihrem Logo versehen direkt an Ihren Verteilerkreis. Die Recherche, Zusammenstellung und Versendung der relevanten Berichterstattung ist so in einem Tool gebündelt. Hier noch einmal die wichtigsten Vorteile auf einen Blick. Sie nutzen selbstständig und unabhängig von Ort und Zeit die PMG Pressedatenbank. Ihnen stehen rund 2500 Titel zur tagesaktuellen Verfügung. Sie können jederzeit selbstständig individuelle Mediensets, Suchprofile und Ad-Hoc-Recherchen durchführen. Sie erhalten Festpreispakete mit auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Leistungserweiterungen. Damit Sie sich selbst von der einfachen Nutzung der PMG überzeugen können, testen Sie das PMG Pressespiegel Portal jetzt eine Woche kostenfrei. Ihr Testaccount ist garantiert unverbindlich und endet automatisch. Melden Sie sich am besten gleich an. Wir freuen uns auf Sie. Ansehen. Wir freuen uns auf Sie. Sie sollen alle